Vergesst es nicht. Da ist ein Gegner. Es ist halt nur blöd, wenn man immer so weit weg ist voneinander und dann abgeknallt wird. Weil dann hast du halt verloren. So schnell bin ich ja nicht. Aber ich bin auch nicht so schnell, wenn ich mich jetzt nicht langsam mal heile, weil jetzt kommt Schaden. Die Zone gerade noch mal kleiner geworden. Okay.